aufgalobt zur Verleihung der 95. Oscars, die am Sonntagabend, Central Pacific Time, des 12. März in Los Angeles stattfinden. Die l.a.comer Lokalpresse berichtet bereits über all die fleißigen Handwerker, die rund um das Dolby Theater am Hollywood Boulevard und in den anderen Locations herumwerkeln, wo ebenfalls glamouröse Oscar-Nebenevents stattfinden. Mit Ausnahme der Corona-limitierten Oscar-Verleihung 2021 ist das Dolby Theater seit 2002 der Place to be in der internationalen Filmszene. Neuerdings ist der klassische Bullroom vielsagend Innovation Hollywood umgetauft worden. Wirft man wiederum einen Blick in die Fachpresse, können sich nicht wenige Kritiker auf Everything Everywhere All Advance als besten Film einigen. Der Angriff aus dem Multiversum auf die schnöde Realität als Co-Regiearbeit von Daniel Kwon und Daniel Scheinert versammelt einige Nominierungen, darunter auch ein Awards für den Soundtrack mit Außenseiter, Chancen wird das WK, 1, Drama All Quiet on the Western Front taxiert, das bereits bei den britischen BAFTA Awards am 19. Februar abräumen konnte. Den aktuellen Dauerboom der Popgeschichte aufarbeitenden Bapix repräsentiert zweifellos Elvis von Bas Lohmann, der sich auf die Aufstiegsphase des King konzentriert. Jung, Elvis, Darsteller Austin Butler gilt in Insider, kreisen als Schattenanwärter für die Kategorie bester Hauptdarsteller. Das wäre ein bemerkenswerter Film, Aufstieg des langjährigen US-Serien-Darstellers. Bereits bei den Golden Globe Awards 2023 ist Elvis als bestes Filmdrama nominiert worden. Regisseur Lohmann wurde beim Globe als bester Regisseur, Austin Butler als bester Hauptdarsteller nominiert. Bei den anstehenden Oscars gibt es insgesamt acht Nominierungen für die amerikanische Rock'n'Roll-Saga. Man sollte darüber hinaus nicht das Momentum unterschätzen, dass Elvis, Tochter Lisa Marie Presley, unlängst verstorben ist. Ein Gefühl für Retro-Zeitgeschichte, das könnte bei den stemmberechtigen Academy-Mitgliedern letztlich auf die Butler-Rolle einzahlen. Ebenfalls in den Höhen und Tiefen der Musik spielt der DirigentInnen, filmt damit Kate Blanchett. Somit das weite Feld der klassischen Musik beackert, steht. Todd Fields psychologisches Drama über den Aufstieg und Fall einer lesbischen Dirigentin steht mit sechs Nominierungen in der Agenda. Bei den nominierten Oscar-Filmsongs, zugegeben im Segment der Nebenkategorien, Glitzert Hold My Hand von Lady Gaga, geschrieben gemeinsam mit Bloodbob aus dem Düsenjäger, Remake Top Gun, Maverick, der Mainstream, gerecht nach fünf weiteren Nominierungen auf sich vereinigen konnte. Ebenfalls auf der Bling-Bling-Liste der Nominierten, Super Bowl, A Pro-Man-Riena, hiermit Lift Me Up aus dem Marvel, Actionstreifen Black Panther, Wakanda Forever. Gelistet ist auch die Kurzgeschichten, Saga Tell It Like A Woman. US-Komponistin Dan Wohrenheims für ihren Titelsong Eblos, performt von Sängerin und Schauspielerin Sophia Carson, ihre 14. Oscar-Nominierung ein. Vielleicht klappt es ja diesmal mit einer Trophäe. Zum Ende schließt sich bei den Musik-Oscars noch einmal der Kreis zur Großproduktion Everything Everywhere All Advanced. Hier hat Soundtiftel und Talking Heads, Gründer David Byrne, gemeinsam mit Sunlux und Mitski den Atmo, Track This Is A Life eingespielt. Vielleicht kann sich Byrne ja bald den zweiten Oscar auf den Kaminzims stellen, nach seinem Score, Oscar für der letzte Kaiser 1988.